Deine Reise endet hier, Engländer. Kein Mensch, ob Deutscher oder Isländer, wirft einen Engländer aus einer EM. Ihr kommt in dieses Turnier, pöbelt in den Stadien und zerstört die Magie des Fußballs. Ihr tretet aus der EU aus und lasst meine Freunde in Europa wie Narren aussehen. Ihr verkauft Fisch und Chips und überteuerten Tee. Eure Königin kann nicht mehr als zu winken. Ihr besetzt unsere Strandliegen, cremt euch nicht ein, obwohl Hautkrebs echt ein Thema ist. Und euer Roni sieht aus wie der Held bei einem Rottweiler-Kampf. Das ist unverschämt. Nein. Das ist Island!